Hallo, schön, dass du heute hier bist. Wie ich sehe, hast du einen Termin für die Lymphmassage. Ist das korrekt? Okay, gut. Dann werde ich nochmal kurz deine Daten überprüfen. Verrate mir doch bitte deinen Namen. Super. Deine Abkaburtsdatum. Sehr gut. Und deine Versicherungsnummer bitte. Ja. Ich werde hier noch kurz überprüfen, was denn auf meinem Zettel steht. Ich habe schon gesehen, du hattest eine nette WhatsApp-Sprechstunde mit Anke. Ja. Okay. Du wolltest dir einfach ein paar Infos zum Thema Lipödem einholen. Okay. Wie bist du denn auf Anke aufmerksam geworden? Ah, du hast den Instagram-Account entdeckt. Ja, dort gibt es wirklich sehr, sehr viele tolle, hilfreiche Tipps und Anregungen und Informationen. Ich schaue da auch sehr gerne vorbei. Okay. Und du hast jetzt auch schon bei Dr. Glesper in Hamburg abklären lassen, ja, ob du ein Lipödem hast oder nicht. Okay. Verstehe. Ah, du leidest an Stadium 2. Okay. Okay. Welche Beschwerden hattest du denn? Ich werde das noch kurz für mich notieren. Ah, Druckschmerz. Okay. Okay. Viele blaue Flecke. Okay. Starke Wassereinlagerungen auch. Ja. Okay. Ja. Und du hast eben ein sekundäres Lipödem. Ja. Hast du auch schon ein Beratungsgespräch wegen der OP in Anspruch genommen? Ah, okay. Das ist gerade schon im Besprechen mit Dr. Glesper. Okay. Sehr gut. Und weißt du was? Heute wollen wir dir einfach ein bisschen an Linderung verschaffen und auch ein bisschen diesen Lymphstau lösen mit dieser sanften Massage. Und, ja, ich würde einfach sagen, du darfst dich dann gleich hinlegen. Ich werde alles vorbereiten. Hast du noch Fragen? Ja. Und beim Lipödem ist es ja so, dass die krankhaften Fettzellen auf die Lymphbahnen drücken. Und so entstehen ja diese schmerzhaften Wassereinlagerungen. Und heute werden wir einfach durch die Massage versuchen, diese dann, ja, wieder in Schwung zu bringen. Und das wird auch so sein, dass du danach, also nach der Massage, vermehrt auf die Toilette musst, weil das Wasser einfach abtransportiert wird. Und jetzt, ich werde dir dann auch noch gerne, ich werde dir dann auch noch gerne einen Tee zubereiten. Hier haben wir so ein Instant-Tee-Bullfad. Das ist super. Schmeckt sehr, sehr lecker. Und das trägt dann auch dazu bei. Okay, ja, dass das Wasser schneller und besser abtransportiert wird. Und ich hoffe, du magst den Berghof-Mackchen. Das ist nämlich, ja, ein Gräuter-Tee. Besser gesagt, ein Grüntee mit dem Extrakt. Bin ich gespannt, ob dir das schmeckt. Ich finde ihn sehr, sehr lecker. Gut, dann werde ich jetzt wirklich alles noch kurz vorbereiten, dir den Tee machen. Und du darfst dich dann schon hinlegen. Gut. So, ich starte dann gleich. Ich werde dir jetzt zuerst mal ein bisschen den Bereich um deinen Hals massieren. Gut. Und es ein bisschen auflockern. Ich hoffe, der Druck ist angenehm. Ja. Gut. 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 Quatsch Dann wandere ich langsam weiter in deine Achselgegend und beginne mit der ganz, ganz zarten Massage Ja, jetzt kommt dein Gewitter. Ich hoffe, du kannst dich trotzdem entspannen. Gut. Und dann streiche ich diese Seite langsam an. Gut. Gut. Hast du irgendwelche Schmerzen? Nein. Gut. Jetzt machen wir auf dieser Seite weiter. Tut dir hier irgendetwas weh? Okay. Der Druck ist auch angenehm. Okay. Gut. 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 Fühlen sich die Arme schon ein bisschen leichter an? Ich streiche die auch nochmal, die Arme an. Ich streiche die Arme an. Ich wandere nun zu deiner Körpermitte. Ich streiche die Arme an. Oh, wasser? Oh, wasser? Ist der Druck wieder angenehm? Okay. Du wirst langsam müder. Ist kein Problem. Du kannst wirklich gerne kurz die Augen zumachen. Du wirst langsam müder. Die Augen zu uns sind nicht. Du wirst langsam müder. Ich muss die Augen zumachen. Oder, ob der Gedächt ist, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, jetzt gewittert es wieder. Gut, ich gehe nun weiter zu deinen Innen Schenkeln. Und massiere hier wieder ein Kreisen in Bewegung. Gut, ich gehe nun weiter. Ist der Druck so angenehm? Okay. 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 Auf der anderen Seite. 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 Auf der anderen Seite.